Ich komme, ich komme. Ich kümmere mich um den da oben drin. Okay, ich guck mal, wie es hier ist. Oh, da sind wieder Gegner. Oh Wunder. Ach Mist, da ist auch noch... Kannst du hier mal so einen Elektroball reinjagen? Ja. Das hilft echt gut, dein Zeug. Nicht schlecht. Wow, da fühle ich mich da. Oh, das ist ein Zentakel. Das ist natürlich... Oh, das ist richtig fies, ich weiß. Oh, ich habe einen Knopf gefunden. Oh, Red Flame. Hm. Welche... Waren das jetzt unten, wo du eigentlich noch gar nicht... Ja, guck mal hier. Guck hier. Die haben wir jetzt... Ah, die Reds sind aus. Die hätten eigentlich dann den wahrscheinlich die drei Sachen kaputt gemacht und dafür habe ich jetzt die blauen Spikes deaktiviert. Sehr schön. Aber ich glaube auch nur diese hier. Da drüben sind noch Gegner. Okay. Ich befürchte, wir müssen halt jetzt die Treppe gehen. Aber da oben links ist was. Da oben links ist doch was. Jo. Achso. Man kann hier reinschreiben? Oh. Ja, wahrscheinlich. Ich benutze ein Gamepad, da kann man schlecht schreiben mit. Ja. Einige tuns. Okay. Äh, unten sind noch Gegner. Okay. Der hier funktioniert noch übrigens, der Schießer. Okay. Ah, ich laufe ins Feuer, ich Idiot. Fick euch! Nein! Alter, ist das euer Ernst? Vorsicht, da sind Stacheln. Kannst du den damit treffen, wenn du auf den Stacheln... Ne, das trifft den nicht. Schade. So, dass diese Elektro-Kugeln die Gegner nicht treffen. Das ist auch so ein bisschen unfair. Fuck. Dass sie so stark sind. Äh, warte mal. Hohoho. Hass-Teile. Ja, das trifft es ziemlich genau. Jetzt kommt er auf mich an, nur weil du nicht mehr da bist. So. Oh mein Gott. Ich bin endlich wieder da. Jaaaa. Geschafft, 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 geschafft. Wir brauchen auch hier jeden, um hochzukommen. Vorsicht mit dem... Genau. Ich wette, ich habe jetzt gerade das ganze Spiel verpasst, oder? Das halbe Level so ungefähr, ja. Sehr, sehr viel Action hast du verpasst, leider. Sehr, sehr viel Sachen, wo du uns hättest helfen können. Ja. Weil hier sind sehr starke... Ja, Schuhgelike lag aber einfach echt nicht in meiner Hand grad. Ja, passt schon. Ich konnte einfach grad gar nichts machen, weil, äh... Reden und, äh... Naja. Famous. Das rumspielen. Ne, ich dachte, er konnte nichts machen. Hat einfach nicht geklappt. Dann geh doch nicht reden. Vorsichtig mit den Stacheln. Und ich lauf rein. Weißt du, ich erzähl noch und da krieg ich erstmal einen mit, ey. So hört's jeder mal von uns, sehr gut. So, äh... Du wolltest... Wir haben noch einen Schlüssel in Silbern und wir können jetzt... Wir können Angriff. Genau. Ja, ist Jess jetzt auch weg, oder was? Jess restartet seinen Router. Dein Router ist... Aber wir haben jetzt alle Verkäufer freigeschaltet und du hast einen Arsch voll Geld. Äh... Jo, hab ich wirklich. Ah, da hätte ich jetzt vielleicht runter zu den Verkäufern... Hä? Ich bin jetzt ganz oben rechts, da ist keiner. Ja, da musst du erst bei dem ganze Level gehen. Das Level ist ziemlich weit. Ach ne... Mach mal auf. Nice. Oh, meine Fresse. So viel Geld hab ich gar nicht. Wie viel. Ach... Duration verlängern. Schwert... Ich will alles haben. Schwertwinkel erhöht. Ich hab kein Geld mehr. Ähm... Oh, seid grad bei den Verkaufstampen. Jo. Oh, da hat jemand eine Dose Cola geöffnet. Schwertwinkel, Schwertwinkel... Ich nicht. Ich bin ich zweit. Oh Gott, nein! Was war das denn? Was war das denn für ein Scheiß? Wo war's? Ach so, du kennst ja die ganzen kleinen Finessen nicht. Achtung, alles schießt dich tot. Überall, wo auf dem Boden... Überall, wo auf dem Boden Pfeile sind, geh nicht hin. Und es gibt viel Feuer. Ja. Feuer und Stacheln und alles. Ähm... Badass, hörst du jetzt auf? Ja, ich seh die Flammen nicht. Guck auf den Boden, da wird immer alles angezeigt. Und geh ganz langsam. Wir brauchen die Angst. Wir haben auch schnell verloren, haben dann aber gekauft. Oh, wie immer. Aber das ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich kauf nur nochmal zwei. Badass. Ja, ich kann hier nicht weiter. Wo bist du? Ist das so ein großes Flammenfeld? Ja. Ich komm. Ach so, da oben. Dann geh... Du musst nach links. Nein, du probierst weiter nach Süden. Da bist du ja. Geh links rum. Lauf einfach jetzt grad... Nein, lauf einfach zum Checkpoint. Einfach durchlaufen zum Checkpoint. Ich heil dich. Oder geht das nicht? Ah doch, hat gereicht. Stell mir so vor. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oben gibt's auch noch einen Weg. Nein! Nur unten! Ich probier's so lange, bis ich nicht mehr wiederkomme. Sehr bitter. Oh, ich mach 3000. Ah, okay. Ich bin in die völlig falsche Richtung gegangen. Wie ich halt jetzt schon wieder weiß, dass von unseren ganzen Angst nicht viel übrig bleiben wird nach dem Bosskampf. Ne, fandest du nicht richtig. Deshalb überleg jetzt, was ich mache. Storm Attack macht auf 28. Was hat die da oben? Oh fuck. Oh fuck. Ich brauch unbedingt Geld. Jess ist wieder im Spiel. Yay. Hallo Jess. Oh mein Gott, ist das viel. Ja, das ist richtig. Es gab auch noch eine, wo du Leben und Mana kaufen kannst. Die ist irgendwo anders hier noch. Ja. Nur damit du's weißt. Wo müssen wir jetzt? Wir hatten die eine Treppe, Gate. Wo wir nicht weiter konnten wegen... Ah stimmt, stimmt. Ich guck nur. Weil da oben ist nämlich auch noch ein roter. Okay, okay, okay. Meh. Also hören tun wir dich nicht, falls du in Skype bist, aber du bist da. Ich bin in der Lobby. The Witch Doctor. Wie, du bist in der Lobby? Ach, da oben ist Vitality. Faszinierend. Er ist in der Lobby und trinkt erstmal ein... Was trinken die? Martini. Also ich werd jetzt einfach mal hier beim... beim... beim Bossportal... Werde ich kurz mal meine Aufnahmen unterbrechen und bin dann mal kurz AFK. Jo, Rechnung 1 kaufen. Bis gleich. So, wir müssen doch... Ne, wir müssen übers Feuer doch dahin, dachte ich. Ah, es gibt hier ne Abkürzung. Alles klar, Chef. Wie schnell er ist. Wie schnell er einfach ist. Ich hab mir eben alles gekauft hier. Ich komm da nicht dran vorbei. Alles Noobs. Alles unten geht nicht, warum auch immer. Alles Noobs. Alles Noobs. Alles Noobs. Ich hab meine... ich hab mein Dolch am stärker gemacht. Yes verliert Leben. Ja, ich hab mein Auto jetzt auch mal ein bisschen verbessert. Yes verliert Leben. Oh. Hä? Vielleicht ist er mit im Spiel jetzt. Dann soll er reinschreiben. Aber er ist nicht mehr in der Skype-Konfi. Vielleicht ist er drin. Vielleicht ist er drin. Vielleicht ist er drin. Vielleicht ist er drin. Ist er doch schon drin. Du... Wenn man im Feuer fällt. Komm nach oben rechts. Schreib mal. Mach du das. Ich geh mal hin und heil ihn und hol ihn. Oh, ich bin zu faul. Okay. Wie macht man das? Ähm, Enter. Ah, Enter. Die Platten sich später öffnen durch Lag. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Komm spawn. Das ist Insider. Ich hab ihn. So viele Insider. Ja. Ach du Scheiße. Ah. Yay. Ah. Nein. Was soll das denn? Nein. Was soll das denn? Vor allem. Ja, er aktiviert's und ich muss fressen. Ja. Deswegen. Da muss man vorsichtig sein. Warte mal. Ich will mal gucken, wie das jetzt aussieht mit 5. Ah, cool. Du kriegst auch einen in die Fresse. Jaja. Habe ich gerade ernsthaft außerdem mal Trank genommen? Ich kann so kotzen. Schwedisch. Waiting for all players. Verkäufer. Du kannst doch jetzt einkaufen. Oh, wir sind ja nicht zum Einkaufen gegangen. Ist egal. Wir gehen jetzt weiter. Wenn ihr so doof seid und nicht darüber nachdenkt. Ja, ich hab doch einen. Oh, ein Schlüssel. Ja. Ja. Wie soll es hier weitergehen? Ich glaube, hier geht es gerade nicht so weiter. Sicherheit. Nice. Und Geld. Ich brauch Geld. Ich brauch Geld. Ich hab den Schalter gefunden für die Stacheln. Oh, cool. Kann man da durch. Und hier ist nochmal. Nein, nicht den drücken. Nicht den drücken. Nicht den blauen drücken. Was passiert dann? Achso. Da geht die Plattform hoch. Ich sag's auch noch. Danke, Geld. Oh, cool. Ich dachte du redest mit Badass. Ich rede mit euch allen. Nicht den blauen drücken. Entschuldigung. Oh Mann ey. Entschuldigung. Ich drücke mal automatisch Knöpfe. Und nicht den großen roten Knopf drücken. Oh, ein großer roter Knopf. Kann man mit dem Knopfwerk oder sowas arbeiten. Auf einfach ist dieses Spiel ja auch einfach zu einfach. Ja, das stimmt. Wir haben so viel Angst. Dann können wir noch mehr. Oh mein Gott. Dass Jess das überlebt hat. Wir sind einfach zu schlecht. Ich brauche Geld. Ja, das ist gerade das Wichtigste in unserer Situation. In meiner ja. Geld. Money, money, money. Puh. Kann man die wieder ausmachen? Du hast vorhin erzählt, man kann's wieder ausmachen. Nein, kann man nicht. Ich hab dir ja schon zugehört. Aber ich hab jetzt nicht gewusst, was der ist. Da ist wieder Zentakel Ray. Ja. Ich kümmere mich drum. Dauert einen Augenblick. Ich kümmere mich um den hier. Tot. Tentakel ist tot. Sehr schön. Who needs that? Waaah. Okay. Ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel. Ich kümmere mich lieber immer wieder Geld. Lass auf, da sind Pfeile, ne? Ja. Ja. Wieder alles voll mit Pfeilen. Geld, 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 Geld. Buh! Buh! Whoah! Super. Bis meine Nova ankommt, habt ihr die schon umgebracht. Oh. Jo. Meine Nova sucked. Meine Nova ist cool, ja. Schlecht ist die. Oh Mann, so viel. Ich bin so schlecht in Bullet Tail. Jo. Mach zu schnell. Nicht über Pfeile laufen. Allesamt. Über Pfeile laufen. Dann muss ich mit mir Liebe. Ich muss drüber laufen. Mal mal. Ja, das ist halt das Problem. Wenn nicht zusammen sind, sehen wir nicht, wenn wer anders über die Pfeile rüber läuft. Aber ich bin besser. Ich pass auf. Ach so, na dann. Ach so, die Wohnaftisblaue aktiviert. Hier kommt man übrigens, hier ist übrigens egal. Ah, ist es nicht. Gate aktiviert da drüben irgendwas. Ich habe kein Mana mehr übrigens. Nein, nein. Da ist wieder so ein blöder Sack. Es wäre nett, wenn ihr nicht sterbt. Ich habe kein Mana mehr. Ja. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Ja, er ist tot. Jo. Ja, er ist tot. Hey, wie? Er ist tot. Er lebt doch noch. Der Gegner. Der Gegner. Natürlich kommt das Feuer bis da unten. Boah. Boah. Das suckt ja schon irgendwie hart, ey. Und was habe ich jetzt aktiviert? New Passage Hedgefremilio Himmene. Habe ich gut gemacht? Fragezeichen. Was geht denn da ab? Wieso rage das Ding da gerade so hoch? Wahrscheinlich steht da ein Gegner. Ach so. Really? Ich habe kein Mana, Leute. Ah. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Schlüssel. Ne, ne. Ich weiß gar nicht wo. Ich bin erwachsen. Ich kann die Verantwortung übernehmen. Ah, da war die Secret Passage oder was? Ja, ich wollte da gerade hin. Bist du auch gestorben? Oh. Ja, weil von oben war Dauerbeschuss von diesen blauen Teilen und von unten kamen dann Bogenschütze. Eben. Und da noch diese blauen Popel, die da anfliegen. Ah. Das ist so böse hier. Ah, der böse. Oh mein Gott. Bist du im Sturm? Nö. Oh. Irgendwo ist ein Heiler. Es ist jetzt ein Kotzen. Wie? Da kann man nicht lang. Ah, der Heiler wurde umgebracht durch diese Viecher. Also diese. Ich wurde doch nicht umgebracht. Der Heiler. Ja. Achso. Ich bin kein Heiler. Oh. Außerdem würde ich nicht lachen. Ich weiß nicht, was ich denn deswegen. Ich war sehr verwirrt. Ja. Ja. Yes wirklich. Kann einer mal diese blaue Maschine da unten abknallen. Yes hört uns nicht. Nee, aber Yes macht gerade so ein bisschen hier Leeroy Jenkins. Wir können ihn jetzt nicht mehr irgendwie so. Hey Böser. Yes. Oder so. Ihr macht das schön. Ihr macht das schön. Geld, 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 Geld. Geld. Er sammelt das Geld gar nicht ein. Und. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Das sind die ganzen Kackzauberer. Geld, 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 Geld. Geld, Geld, Geld. Was soll das denn hier oben? Das ist bestimmt irgendwas. Da ist bestimmt was. Ja, sonst kann ich mich das nicht vorstellen. Hier war übrigens eine Münze. Die habe ich eben mitgenommen. Sehr schön. Brauchen wir nicht so viel Geld wie Geld, Geld. Aber wir brauchen trotzdem Geld. Oh. Er ist eine Hexe. Bringt ihn um. Ding, ding. Hier unten gibt es noch Sachen. Darf ich den roten betätigen? Ja. Dann gehen glaube ich die runter, die hier sind. Yay. Wie folgt das. hour topping,